es ist ein johol heute hallo herzlich willkommen zurück zum mal auf einem pacific assault und ja wir sind jetzt am strand gelandet haben schon ein paar japs abgeschossen japaner und ja es geht weiter mit einer atemberaubenden Mission schätze ich mal man muss ich groß sagen ich habe nicht zu früh gestartet doch ok ah ich bin gespannt und weiter geht's ich bin auf drauf für den japanischen konto ok let's do this tut mir leid das du hast dich in den Fuß geschossen denkst du dafür kriegst du einen Körper Mann ihr Anfänger seid doch alle gleich es reicht jetzt hey alles klar wo wo da oben ist er yes happy das ist an den Bäumen das kostet da 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 Ja, schön, dass sie jetzt kommen, ich muss gerade mal nachladen. Perfekte Scheiße. Oh, einen Moment. So, wieder da, Lotto. Oh, ey. Ich sehe keine. Vorwärts. Vorsicht, Hermann. Ich rücke vor. Sie greifen an. Oh, dann. Oh Gott. Oh, Gott. Perfekte Scheiße, geht mir ab. Ui, 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 ui. Sie bleiben. Da kommen Sie. Da kommen Sie nach. Sie kommen raus. Da kommen Sie. Achtung, Sie kommen. Ich sehe Sie. Da oben, Tom. Team vorwärts. Vorwärts. Schleibt in Bewegung. Holen Sie euch. Gebt mir den Kopf. Ich hab dich. Feuerschutz. Feuerstuhl. Da kommen die Strecke. Sie rücken vor. Bewegt euch. Scheiße. Los, los, los. Ich war gut. Ich muss sagen, ich kann hier von dem Spielbus, weil es ist echt verdammt gut. Das kann ich nicht mehr gern. Wow. Alter. Ha. Feier! Sperrfeuer! Sperrfeuer! es ist das ist ein erinner und warum ist die Verlust die Verlust haben Hören Sie mich! Kikio! Hilfe! Das ist nur eine Fleischwunde! Sie sind da oben, Will! Okay, Feuer! Du bist nur ein Kratzer! Wo geht's? Tommy rückt vor, ihm nach! Ah, ich weiß nicht. Okay. Ich brauche Hilfe! Sonny, helfen wir hier! Sonny! Danke! Ich habe nicht mehr viele davon! Du hast genug, glaub mir! Scheiße! Kann ich den? Was soll ich mit dem machen? Ach, ich habe mich selbst fallen! Was denn? Sie sind da oben! Soll es mal recht sein! Vorwärts, vorwärts! Los geht! Ach, ich bin doch selber tot! Warum das denn? Der hat mich doch von geheilt! Ja! Der war gut, Conlin! Ja! Der war gut, Conlin! Das war jetzt ne epische Scheiße! Der hat mich doch vorhin geheilt! Warum hab ich jetzt wenig Energie gehabt? Okay! So, wir da! Ähm, ja jetzt, die Ladebeilten werde ich immer über springen jetzt so! Und... Ja! Auf meinen zweiten Versuch! Und warum nicht das so komisch? Was wird's los? Hm! Mein Plan! Tut mir leid, Sarge! Ich bin weggerutscht! Schau, Schützer! Deckung! In den Bäumen! Gehen wir! Nicht zu wegrutschen, Alter! Drücke vor! Die sind da oben! Wo ist der Kerl hin? Wir kommen, Tom! Warte! Achtung! Sie greifen uns an! Achtung! Sie greifen uns an! Sie greifen uns an! Achtung! Sie kommen an! Da kommen Sie! Sie rücken vor! Achtung! Sie kommen! Achtung! Sie kommen! Rücke hoch! Das ist alles ein bisschen verpackt hier noch. Ähm, und zwar die Bewegung sind ziemlich kölzend. Da kommen Sie! Achtung! Achtung! Lenkt sie mich im Ziel ein. Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Warum? Oh, der verpackt die Stelle! Der war mal breiter als es aussieht! Da kommen Sie! Da kommen Sie! Achtung! Sie kommen! Achtung! Feindgesächtet! Achtung! Abstände Einheiten! Achtung! 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 los der Köln ist scheiße heute ist nicht mein Torhüter, das war so heute ich spiele nicht scheiße geht der noch? ne hören Sie mich da ist einer ich merke schon nachdem muss ich vorsichtig spielen und richtig schön decken gehen und nicht also hier kann man jetzt reinrennen wie an dem Stand das darf man wirklich aufpassen das trifft das Thema übrigens zum reinrennen kommt der auch mal hier vorne Tommi rückt vor, ihm nach rückzug ok mir fehlt vorrücken kann ich nicht einsetzen schade eigentlich ok halte mich mal hier ähm ha genau ich wollte mich mal gespannt ähm jetzt werde ich auf meine Energieleiste achten weil vorhin bin ich gestorben obwohl er mich gehalten hat ja ist ok weil ich meine Energie auf 100 habe habe ich kein Problem mit ja auch 200 ok dann rück mich mal vor ok verteilt euch ich geh mal hier wir sind dicht hinter dir Tom was macht er da sieht pervers aus was was es wird gespeichert ich bin ich bin scheiße ich bin ja und Leute wundert euch nicht ich habe einen anstrengenden Arbeitsplatz hinter mir ich bin komplett hundemühe und hab einfach nur auf dem Weg zuerst spielen und irgendwie fertig bin oben ach halt die Fresse ach halt die Fresse halt einfach abschießen hier jede Frau schnauze na stirbst du ja ja hier kein anderes Problem was wird das hier oh Alter überleben würde der B-Joyd Norris hier ich hab das Speerfeuer die 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 durch den MWTTSSSSS GUNTER Er wann Fynnig an der Kanona einen Sprengsatz an und dann nichts wie weg hier. Hier geht gleich alles hoch! Sprengsatz ist scharf! Findier ich gut. BAM! ok Wir rücken ab ok wo denn? man, ich fülle über den Baum so, scheiß er braucht Hilfe doch oh oh los, los, los los, los team, vorwärts heuer kusho heuer kusho heuer kusho heuer kusho oh stop will sonst niemanden sperrfeuer so komm die stolche sie rücken vor mach ihn fertig ums vorsicht tommy da kommt die stolche rückzug ok zurück, alle zurück rückzug rückzug vorwärts warte mal sani naja hier bleib ich mal ne runde Achtung, sie geräten uns an sie rücken vor was ist sonst hier auf zwei, dann sind sie alle zerstören sie die Flagge hab ich doch gemacht oah oah, alter Achtung Achtung, sie kommen Achtung, sie kommen noch zwei, dann sind sie alle ja super das interessiert mich jetzt, wo ich halb tot bin so, jetzt will ich mir das geschütz mal angucken ist das denn stört zurück jungs das ist immer halb tot oah ich dachte das wäre einer von meinen leuten hier sollen erst jemanden Halt ruhig Sani ich will jetzt nicht hinterherlaufen müssen Halt ruhig ganz ruhig, ich bin ja da gut, schon alle mehr überleben hier oh, so fangt mich noch so der Anführer der auch halt tot gewesen Halt ruhig hörn sie mich so, den auch noch mit dem können wir hoffentlich weiter vorrücken ne, ich warte die noch Ja Ja Okay, weitermachen Jut Endlich Kann ich vorher zu viel erteilen, ne leider nicht seid vorsichtig, wir sind noch nicht in Sicherheit Okay, Leute, man sieht sich im nächsten Part Ciao, ciao.